Musik Und schon sind wir online. So schnell geht das. Immer. Kann ich mal bitte aufhören zu regnen? Musst du da diese Tastenkombinationen drücken? Ja, ich bin am überlegen, ob ich den dann immer nicht durchregnen lasse. Aha. In der Hoffnung, dass dann vielleicht der Regen nicht mehr so schnell wiederkommt. Ich schüttle mich mal, wird die Tropfen abfallen. Genau. So. Du hast gesagt, du hast was Schönes für das Fenster. Ja, ich muss jetzt mal hingehen und mal mich hochbauen und es mal angucken, ob das da reinpassen könnte, was ich mir hier aufgemalt habe. Das ist eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf mal elf. Hm. Okay. Mal gucken, wie viel Platz da ist in diesem Fenster. Aber es sieht echt schon ziemlich beeindruckend aus, ne? Ja, toll. Ich finde es cool. So. Also, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Elf in der Breite habe ich. Dann wäre bloß noch zu gucken, wo würde ich denn anfangen. Das ist da. Das ist da. Da würde ich anfangen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Bei zehn ist diese komische Querdingsbums drin. Muss die da sein? Muss diese quere Mauer in diesem Fenster sein? Weißt du, was ich meine? Ja, ich komme mal nach oben. Einen Augenblick. Ja, komm mal hoch. Wenn die da nicht wäre, dann könnte das klappen. Warte, ich setze wieder Fackeln. Du fackelst. Du fackelst sogar lange. Ja, das ist jetzt die Sache. Muss die da drin sein oder nicht? Ich habe jetzt kein Frontbild vom Dom. Ich habe nur an der Seite... Ich gucke mal, ob ich... Als ich damals die Bilder gemacht habe, weißt du? Ja. Ob da ein Frontbild mit dabei ist. Hm. Einen Baum, schlage ihn für Holz. Was ist das für ein Schrotti hier? Wie kriegt man das weg? Also ich habe hier gerade die Front. Ne. Doch. Ne. Doch, ne. Doch, ne. Ne, aber nicht die Front. Da haben wir die Front. Da ist tatsächlich eine Abstufung drin. Ja, dann... Ich kann ja mal anfangen. Ich weiß nicht, ob das für uns, weißt du, so relevant ist mit dieser Abstufung da drin, weil der Rest von unseren Häuslis, äh Häuslis da schon von dem Dom, hat das ja auch nicht. Ich hole mir jetzt mal diese Spitzhacken und Glas, äh Häuslis da schon mal per WhatsApp schicken, das Bild. Ich habe, ich habe, das habe ich nicht. Aber ja, richtig, du hast leider kein WhatsApp, ich weiß nicht. Was ist denn los? Ich weiß nicht, ob man sowas als SMS schicken kann, weißt du? Das würde mein Handy auch nicht schaffen. Ich habe so ein kleines zum Klappen. Hier ist ein Buch, da kann man draufklicken. Aufklicken. Hast du auch, wenn du ein Inventar aufmachst, hast du dann auch ein Buch? Buch? Was für ein Buch? Im Inventar. Nö. Wenn du E machst? Ich habe, ähm, auf B habe ich es, aber... Ich habe nichts. Ich habe da ein Buch. Neben dem Schild, da ist das Schildzeichen, wo man jetzt sein Schildzeugs reintun kann. Und daneben habe ich ein Buch. Nö. Okay. Leute, das ist bei mir unsichtbar. Weil, ähm, ähm, das Texturpack noch nicht auf 1.2 da ist. Wenn die noch mehr Scheiße machen, dann will ich nicht mehr. Alles wird angezeigt. Eisen plumpen. Kriege ich vielleicht Truhen auf? Warte mal. Kriege ich keine Truhen? Connection lost. So. Alles klar, weil ich bin ja hier noch auf diesem Erdstift. Alles wieder gut. Ja, ich war auch noch auf dem Erdstift. Das ist immer... ...prickelnd, ne? Mhm. Keine falsche Bewegung jetzt. Richtig. Ich habe, wenn ich mein Inventar öffne, ein Buch. Ja, das ist bei mir noch unsichtbar, weil das Texturpack, was ich habe, gibt es noch nicht für 1.2. Ah, und wenn ich da draufklicke, dann habe ich Beere, Sandstein, Hebel, Eisenfallpür, Eisenklumpen, Eisenbarren, Wägeplatte, Kohle. Warum auch immer. Ach, zur Vereinfachung. Ach so, damit kann ich das herstellen? Wenn du zum Beispiel... Ich habe hier unten zum Beispiel auf der linken Seite Redstone ganz unten. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel auf den Hebel klicke, da wird mir das im Handwerk angezeigt und könnte das rein theoretisch jetzt schon herstellen. Wenn du die Sachen im Inventar dafür hast. Okay. Alles wird angezeigt. Herstellbares wird angezeigt. Aha. Okay. Ah. Wägeplatte, Hohlgewichte, Eisenfalltür, Eisenklumpen. Und wenn ich wieder aufs Buch klicke, dann... Aber das ist ja längst nicht alles. Eigentlich nicht, aber ja. Ja, gut. Glas. Deswegen war ich eben total verdutzt, so wie im Buch. Ich habe kein Buch. Ja, genau mit den Farben, ne? Ich mache erst mal die... Die Umrandung will ich schwarz erst mal machen. Schwarz? Ja, damit man einen optischen Rahmen hat. Dann ist das Lila. Also ich würde sagen, ich nehme mir mal Blau. Vielleicht Orange. Ich würde lieber mal für Innengelb nehmen. Und dann würde ich mir gerne Grünes herstellen. Mhm. Haben wir noch. Dann Rotanteile. Rotanteile haben wir ja... Haben wir eigentlich viel. Genug in dem Lila drin, ne? Würde ich eher auf Kontrast irgendwie gehen. So. So, dann gehe ich mal hin und versuche mal... Halt, diese Spitzhacke brauche ich ja. Behutsamkeit. Hier ist ja fast kaputt. Wie viel Level habe ich? Ich habe 29, das reicht nicht. Hast du die andere? Ja, ich habe die Silk Touch am Mann. Andere Frau? Gibst du mal von Frau zu Frau? Ja. Gebe ich dir sofort. Gib mal ganz behutsam von Frau zu Frau. Die neuen Preise. So. Da ist er. Okay. Dann will ich mal mein Glück probieren. Da bin ich ja gleich mal gespannt, wie das aussieht, was du da vorhast. Ja, ich auch. Wie gesagt, wir können vielleicht auch, damit es besser aussieht, diesen Querbalken rausnehmen. Ich fange mal von oben an. So, wo würde ich denn anfangen? Das sind da, 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 da. Dann baue ich mir mal hier einen Balkon. Okay. So, okay. Ähm, da, 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 das muss ich noch gar nicht wegmachen. Und dann, den hier. Kann das nicht besonders gut sehen hier. Was kannst du nicht gut sehen? Ob, ob das weg ist oder nicht weg ist. So, die. Wenn irgendwas rüber schwappt oder so, sagt Bescheid, dann gucke ich, da ich das irgendwo aufheben kann. Ohne, hier unten geht gar nicht. Aber von der anderen Seite dann. Jetzt ist, glaube ich, was zur anderen Seite rausgefallen. Ich gucke mal, ob ich von außen da irgendwie dran komme. Was fällt auf diesen Balkon? Wieder eine Fackel gesetzt. Und wieder. Jo. Die habe ich. Soll ich dieses Zwischending mal eben rausreißen? Weiß mal raus. Ähm. Nein. Hast du ein Glas kaputt gemacht? Ja, ich bin ja festgehangen. Och, Mann. Und? Neue Rezepte verfügbar? What? Mach ich da? Was sind denn jetzt für neue Rezepte verfügbar? Gemeißelt? Ach, du musst das teilweise noch erlernen vorher. Weil wir das alles noch gar nicht wussten. Ich habe zum Beispiel jetzt Stein abgebaut, ne? Und da kam jetzt zum Beispiel bei mir im Büchlein gemeißelter Stein zum Beispiel. Und da steht zum Beispiel schon drin, wie das sogar gemacht wird. Das heißt, diese lästige Fragerei, wie irgendetwas gemacht wird, fällt damit weg. Das ist aus Beat the Beast und Agrarian Skies, ne? Diese Mod. Okay. Ich habe leider ein lila Glas. Ja, das ist nicht schlimm. Die kriege ich ja hier gerade. Ich muss jetzt gerade mal mit den Farben aufpassen. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt, wie du... Was du da vorhast. Wieder einer rausgefallen. Ja, ich bin da hier, ich bin da hier. Ich bin noch auf dem Balkon. So, das sind die 1, 2, 3. Dum, dum, dum. Dann... Machen wir das, nämlich grün. Okay. Ja. Direkt in meine Tasche gesprungen. Ist doch gut. Ja. Das sagen die Diebe auch immer. Der nicht. So. Was war jetzt da? Da war wieder grün, denke ich mal. Ich weiß noch nicht so richtig, was das werden soll. Kann man, glaube ich, auch noch nicht richtig sehen. Herrlich grün? Ich muss mal einen Schritt zurücktreten und gucken. Ich kann ja auch noch andere Farben machen. Ich kann ja auch noch andere Farben machen. Türkis und... Warte mal, da ist eins falsch, oder? Habe ich denn da drin? Ja. Ja. Habe ich denn da drin? Ja. Ich kann das Ding, wie man hier noch... Ja. Ich kann das mal sagen. Ja, ich kann das mal sagen. Ich kann das mal sagen. Ich kann das mal sagen. Warte, lass mal runtergehen. Hier ist der da, dann da, da. Ja, genau. Und die beiden da oben drüber. Da kommen hier jetzt zwei schwarze. Dann muss da grüner und hier ein gelber. So, da kommen die grünen hin. Und bei denen, das sind die gelben. Hier kommen die blauen. Und zwar drei Stück. Eins, zwei, drei. Richtig? Drei. Eins, zwei, drei. Vier. Eins, zwei, drei. So, gut. Gut. Gehen wir mal hoch. Da habe ich. Okay. Du musst raus. Stattdessen kommt grün. Dann haben wir hier oben eins, zwei, drei schwarz. Drei. Dann sind wir bis dahin schon mal fertig. Jetzt müssen wir etwas weiter nach unten. Da bin ich ja echt mal gespannt, wie, was das wird. Muss ich mir wieder so ein Ding bauen? Damit ich nicht stürze. Das wollen wir ja nicht. Hier haben wir schon einen. Da kommen noch zwei dazu. Und hier auch. Man macht nichts. So weg. So, so. Und da kommt hier. Genau. Da habe ich den Dreier schon drin. Okay. Das war doch grün, ne? Ja. Ist immer noch nicht so richtig, was das werden soll. Einen nach hinten gehen. Und jetzt. Na, nach hinten gehen und gucken. Da habe ich das. Und dann kommen hier wieder drei blaue. Eins, zwei, drei. Zwei, zwei, drei. Hier auch drei blaue. Zwei, drei. Wahrscheinlich dann wieder einen gelben, wa? Ja. Immer mal wieder einen Schritt zurücktreten. Ja, genau. Jetzt kommt hier wieder ein gelber. Ein gelber. Jetzt muss ich wieder ein bisschen nach unten. So, das geht jetzt hier aber weiter nach unten. So, da haben wir den. Und da nebendran kommt. Drei blaue. Hier auch. Eins, zwei. Ja. Drei blaue. So. Dann. Ja. Da komme ich nicht hin, weil da die Tür ist, wa? Dann können wir da. Achso, geht doch. Gott geht. Also ein Kreuz sehe ich schon mal. Das ist gut. Das ist sehr gut, wenn du schon mal ein Kreuz siehst. So, wo haben wir denn jetzt das lila gelassen? Brauchst du lila Glas? Das ist hier. Ich habe ja welches, weil ich es abgebaut habe. Hier muss, glaube ich, lila schon mal rein nochmal. Ende. So. Wo ist denn jetzt? Hier sind zwei senkrechte schwarze oder drei? Drei senkrechte schwarze sind da, ne? Drei. Drei. Das bedeutet, vier, zwei hinkommen. Und vier, zwei. Hier muss lila. Jetzt hier rüber. Da sind auch drei schwarze, richtig? Uh. Dann müssen vier, zwei. Und dann kommt da lila hin, ne? Lila. Und da schwarz. Hier zwei. So. Jetzt müssen wir sehen mit dem Gelb. Die vier müssen auf alle Fälle raus. Da kommt... Da komme ich nicht dran. Gelb, gelb, gelb. Und grün. Die vier raus. Und jetzt müssen die drei hier schwarz werden. Drei. Drei. Müsste es fertig sein. Ja, dann gucke ich mir das Ganze doch mal von hinten an. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Schön aussieht. Wir können die Farben ja noch verändern. Ich gehe ja gerade die rodelische Wendetreppe. So. Ich gucke mal von innen. Von innen muss es ja genauso aussehen. Ja. Gehe mal Richtung Kreuz. Ja. Das Gelbe ist vielleicht ein wenig zu dominant. Da würde ich welche rausnehmen wollen. Vielleicht kann man das hier anstatt mit Gelb, mit Orange probieren. Kann man machen, ja. Weil Orange ist ja was dunkler, ne? Jetzt würde ich eigentlich gerne aufs Tageslicht warten wollen. Hm. Wo sind wir denn jetzt? Der Mond geht gerade auf. Wollen wir uns hinlegen? Wir haben da Betten im Dom. Ja. Können wir gerne machen. Wachtisch, komm runter. Sieht cool aus. Todesmutig. Ich habe ein neues Rezept dadurch freigeschaltet, weil ich im Wasser geplumpst bin. Ach so. Bote. Also da muss man sich nochmal irgendwie mit beschäftigen. Ja, ich finde das eigentlich easy. Und jetzt Fortschritt erzählt, träumen was Schönes. Ja, gut, okay. Wenn ich jetzt nochmal auf das Büchlein klicke. Oh, ich habe eine Menge neues Zeug hier. Farben und die man magenta herstellt. Wo ist denn jetzt mein Boot hin? Der hat mir doch gerade angezeigt, wie man... Ja, das ist die Frage, wo sich das im Menü versteckt. Ja, es gibt ja nur vier, aber... Hä? Naja. Also das mit dem Schwarz gefällt mir auch nicht. Das fällt viel zu wenig auf. Also von der Seite hier finde ich sie nicht so berauschend, meine Rosette. Nee. Das werden wir mit Orange mal probieren. Was könnte man denn anstelle von Schwarz nehmen? Vielleicht sollte man wirklich Steinen nehmen. Ach, von der Seite sieht sie aber ganz gut aus, so mit Schwarz. Bloß von innen nicht. Das Schwarze hebt sie vom Lilanen nicht so ab, ne? Von außen, ja. Gucken wir mal. Aber vielleicht könnte man wirklich Steinen nehmen, stattdessen. Ja, Stein, ein Fenster. Also was Undurchsichtiges. Ja, aber Stein? Hm. Naja, die echten Rosetten haben ja auch Stein. Aber, nee, die sieht nicht so dolle aus. Das müsste, vor allen Dingen, müsste das Kreuz in der Mitte, glaube ich, gelb sein, oder? Also hell. Also, ja, ja. Sagen wir mal so. Ja. Vielleicht von den Farben her genau andersrum. Nee, wir machen das, wir machen das so. Wir machen das Kreuz in der Mitte, gelb. Ja. Und probieren dann mit Orange. Ja. Und zwar würde ich fast sagen, dass wir diese, dass wir nur schräge, die Steine schräg machen, die Orange. So, dass du wie einen, wie einen Stern hast. Dieses Gelbe macht ja so Ecken, ne? Ja. Dass wir die Ecken weglassen und da die, die äußeren blau machen und nur so schräge Strahlen in Gelb. Und das Schwarz ist blöd. Also, als ob das Kreuz leuchten würde, im Prinzip. Ja. Ja. Ja.